Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem zweiten Video. Heute machen wir ein Tiramisu nach dem Rezept meiner Schwiegermutter. Dazu benötigen wir die folgenden Zutaten. Achtung, für dieses Rezept müssen die Eier tagesfrisch sein. Diese Eier habe ich heute frisch von meiner Schwiegermama geholt. Wir benötigen drei Eier und die schlagen wir jetzt auf. Jetzt gebe ich noch 100 Gramm Zucker dazu. Nun für ca. 10 Minuten durchmixen. Jetzt geben wir Mascarpone dazu. Noch kurz durchmixen. Jetzt geben wir in einem Teller etwas Milch. Jetzt muss ein Schuss Amaretto dazu. Noch etwas Kaffee dazu. Jetzt müssen wir die Biscoten in der Milch tunken und in die Form legen. Nach der ersten Schicht Biscoten tragen wir nun eine Schicht Creme auf. Auf die Creme kommt nun eine Schicht Biscoten. Das wiederholen wir so lange, bis unsere Form vorliegt. Dann gehen wir in der Jäb Erdeck. Und dann schauen wir jetzt an, bei der Joker, bis unsere Form vorliegt. Los gelbentinos, die Jäbgermassen, die Jäbgermassen, die Jäbgermassen, die Jäbge, Möchens und die Häuser, der Jäbgermassen, die Jäbge, der Jäbge, der Jäbge, der Jäbge flachende, der Jäbge. Dann gehen wir in der Jäbge, der Jäbge, der Jäbge, der Jäbge und Der Jäbge. Jetzt ist unsere Form voll. Die oberste Schicht muss immer aus Creme bestehen. Jetzt sind wir gleich fertig. Wir müssen nur noch das Teramisu mit Kakao bestreuen. Unser Teramisu ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir es nur noch drei Stunden kalt stellen. Das war's für heute. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Tschüss!